Ja, jetzt zu Gast bei Crazy Clip TV mal wieder Oliver von FAUN. Hallo. Hi. Wir sind hier auf der FAUN After Show Party im Kyr. Ja, nichts dagegen einzuwenden. Ja, und eben seid ihr im Grünspan auf der Reeperbahn aufgetreten. Und wie passt das zusammen, FAUN und Reeperbahn? Also Grünspan super, Hamburg super. Die Reeperbahn kam mir gerade so ein bisschen vor wie Babylon, weil wir wollten mit Glasflaschen nur zum Taxi gehen. Da wurde gleich Polizeikontrolle, Glasflaschen weg. Und das ist so ein bisschen die Seite der Menschen, die ich da nicht so gern mag. Aber das Hamburger Publikum und Grünspan war alles sehr, sehr schön. Habt ihr in Hamburg keine Kirche gefunden? Anscheinend nicht. Also die Kirchen sind eh schwierig. Wir haben da sehr, sehr viele Debatten gehabt und da wurde auch mit irgendwelchen Kirchenkonzils, also Konzil ist ein bisschen groß, aber irgendwelche Pastoren haben sich oft beraten, haben unsere CD-Texte analysiert, ob das dann zu erlauben wäre. Wir haben sie dann versucht mit Mariengesängen auch zu bestechen, aber manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. In Hamburg gab es anscheinend niemand, der da irgendwie offen seine Kirchenpforten für uns geöffnet hätte. Es ist ja meistens auch relativ teuer, diese Dinger zu mieten. Na ja, also ich möchte mich nicht hier irgendwie in die Brennnesseln setzen, aber es gibt sehr, sehr viele Kirchen und viele davon stehen ziemlich leer. Und ich glaube, dass es wirklich schön ist, wenn man diese Räume nützt und auch für eine Musik, die jetzt nicht irgendwie banal ist, sondern für eine Musik, die auch einen gewissen Tiefgang hat. Man sagt, man nutzt die Räume und führt auch die Leute in diese, ich nenne es gerne Tempel, aber in diese Tempel wieder zurück. Also, ja. Apropos zurück, wir müssen ja nochmal die neue CD von euch erwähnen, das Buch der Balladen. Die ist ja auch so ein bisschen wie zurück zu den Wurzeln. Das erste Album war ja auch fast nur akustisch und jetzt seid ihr wieder da, wo ihr mal angefangen habt. Es war für uns ein ganz schöner Schritt, weil das fing auch damit an mit Sandra vor allen Dingen, die auch dann von Null auf Hundert, die hat vorher sehr lange Musik gemacht, aber wenig auf Bühnen oder mit Technik. Und dann kam sie zu uns und gleich war irgendwie große Festivals in ihr System, sehr viel Technik. Und wir haben gemerkt, auf so ein ganz paar Konzerten oder auch beim Proben, dass sie viel freier war ohne Technik. Und so kam die Idee auch, dass wir gesagt haben, lasst uns einfach nur wir vier mit unseren Instrumenten ein bisschen spielen. Und das hat so gut geklappt, dass wir gesagt haben, lasst uns ein paar Konzerte machen. Und das ist dann gewachsen, bis wir gesagt haben, jetzt machen wir mal eine CD und noch eine zweite Tour, obwohl unser Fokus schon auf dem anderen Programm ist. Weil wir bilden es uns ein, dass das noch ein bisschen unikater ist, was wir machen. Wir mischten Elektronik mit deutschen Texten, mit Balladen, mit Mittelalter. Aber es war wie so ein Befreiungsschlag für uns. Einfach mal nur wir vier und auch die ganzen Spötter, die sagen, ach, ist ja einfach mit Elektronik. Einfach sich hinzustellen, nur mit der Laute in der Trommel, kleine Flöte und sagen, hier, wir machen den Saal voll. Schauen, wie schön die Laute klingt. Und die Leute sind genauso dabei. Und der Nil war nicht traurig? Also schon so ein bisschen. Aber ich glaube, er gönnt uns das auch. Und es ist ja auch schön, dass wir so das Gesamtprodukt fahren so ein bisschen aufwerten. Die Leute sagen, wow, das ist auch schön, was die machen. Und ich finde es auch toll, es kamen einige Familien. Ich habe jetzt gestern in Berlin, heute in Hamburg, ich habe in der ersten Reihe immer Familie mit Kindern sitzen sehen, denen das richtig gut gefallen hat. Und diese Kinder werden vielleicht in 20 Jahren dann auf unserer lauten Show sein und abtanzen. Und es ist ja gut, Zukunftsarbeit, sich hier Familien zu öffnen. Und das ist alles okay. Wird es denn nochmal so ein richtiges Rockalbum von Faun geben? Ne. Gibt es genug? Erstens, da gibt es viel zu viel auf dieser Welt. Und zweitens, was ich immer, mit wem ich nie klar kam, ist mit einer E-Gitarre. Ich habe meine ganze Jugend hindurch, ich wollte so gern, meine Freunde in Punkbands gespielt und ich hätte so gern. Ich kam mit den Dingern irgendwie, habe ich es gespielt und, ne, ich habe immer akustische Klampfe und das ist halt mein Ding. Ihr seid ja sehr naturverbunden, als Band, als Musiker und ihr seid auch im Umweltschutz aktiv. Stichwort WWF. Ich habe heute schon ein anderes Interview gegeben, da hieß es dann, es ist so toll, ihr spendet euer ganzes heiliges Holz und so was und dann gebt ihr das Geld dem WDR. Ich habe sie dann nicht verbessert, da war ich schon richtig geil. Also ja, die WWF-Aktion ist ganz geil, weil wir mögen das gerne. Ich meine, wir singen teilweise über Geister, über Beschwörungen und die meisten Leute haben das verlernt. Also es gibt viele Leute, die schauen sich Horrorfilme an, aber wie man dann die Geister oder wie man dann die Angst aus den eigenen Räumen wieder rausbekommt, weiß keiner. Und es gibt also ganz primitive Praktiken und da ist zum Beispiel Räucherung. Und wir selber stehen sehr auf dieses Holz, haben auch Kontakt zu peruanischen Schamanen und haben gesagt, Jungs schickt uns das, wir wollen gerne das erstens hier publik machen und zwar in die Abholzung der Regenwälder. Da ist so was Trauriges, dass wir dann das Geld eben spenden können und dafür Regenwald retten. Und das ist jetzt eine Aktion, die machen wir auf der Tour momentan. Wollt ihr denn irgendwann auch in Peru mal aufgetreten oder seid ihr da schon mal aufgetreten? Peru ist jetzt glaube ich ein Land, das ein bisschen schwierig ist, aber wir haben Brasilien oder Mexiko ist sehr, sehr aktiv und ich war noch nie da. Ich spreche wirklich kein Wort Spanisch. Aber abgesehen davon, jederzeit und sofort, ich liebe es zu reisen, Menschen zu treffen und auch andere Kulturen. Und Fiona kann gut Spanisch sprechen, das heißt, sie redet, macht die ganzen Kontakte, wir machen nur Musik und ich würde es sehr genießen. Ihr wart ja auch gerade Amerika in Oregon auf so einem Festival, ja? Und das soll ja auch ein mega Erfolg gewesen sein. Genau, wir waren im Herbst jetzt nochmal an der Ostküste auch und wir werden beides und wahrscheinlich noch ein oder zwei mehr jetzt in 2010 wieder machen, weil das ist halt ganz geil. Jeder hat diese Klischees über Bush und Amerika und ach, die sind so dumm und die wissen gar nicht, was Europa ist. Und Klischees haben noch nie irgendjemand gut getan. Und wir kamen hin und haben wirklich nur nette Leute getroffen, also sehr alternativ denkende Menschen, auch sehr intelligent und ganz tolle Musiker. Und also Oregon ist zum Beispiel traumhaft, ganz tolle Natur und von daher ist es für uns toll, den Horizont soweit zu öffnen und gleichzeitig aber auch schön unsere Wurzeln, quasi unsere Musik und dieses Mittelalter auch weitergeben zu können. Also die Leute sind auch, was ist eine Bozuki, was ist eine Nickelharper und die Lieder. Und da entsteht gerade ganz viel, was für uns echt ein sehr tolles Lob ist, wirklich. Wo macht FAUN denn Urlaub? Wenn ihr Urlaub macht, machen könnt, zeitlich. Ja, FAUN macht natürlich wenig Urlaub. Der Vorteil unseres Jobs ist das Rumreisen. Wir sind jetzt zum Beispiel im Sommer in Norwegen, wir spielen in einem Fjord, also in der Mitte vom Nichts. Und das sind zum Beispiel, das ist der Vorteil, man hat eh die Leute, die da wohnen, ortskundige. Und dann werde ich zum Beispiel eine Woche verlängern. Ich werde mir von diesen Norwegern diese Natur da zeigen lassen. Tendenziell mich reizt Skandinavien sehr. Aber wie gesagt, wir sind wirklich so sehr am Arbeiten und Machen, dass mehr wie ein, zwei Wochen sind gerade nicht drin. Du hast ja auch, wenn du mal mit FAUN nichts zu tun hast, noch viele Nebenprojekte. SAVA zum Beispiel. Es ist der Reiz natürlich, weil man hat immer Ideen. Es sind so viele Lieder, die schlummern und die passen jetzt in FAUN gerade nicht rein. Aber ich habe auch gelernt, ein bisschen realistisch zu sein. Und einfach, wenn man sich selber übernimmt, dann kann die Qualität nur sinken. Und wir haben wirklich gelernt, was es bedeutet, die Sachen, die man macht, 100% zu machen. Und deswegen habe ich bei SAVA auch, die CD war ein Riesenspaß und live musste ich einfach eine Nummer runterschalten. Weil ich habe gemerkt, live man muss die Sachen 200% können. Und wer weiß, ich habe jetzt mit FAUN jetzt gerade die Tour. Im Mai startet die neue Tour schon wieder mit einem neuen Programm. Von daher. Bei eurem Auftritt ist mir auch gefallen, du unterhältst das Publikum ja zwischendurch auch mal sehr viel mit deinen Geschichten. So viel oder sehr viel? Sei ehrlich. Es passt. Ich habe nur so gedacht, da könntest du doch schon fast mal eine Lesereise oder sowas machen, oder? Ja, ich habe ja so ein Buch im Eigenverlag, aber das sind Gedichte und so ganz kurze Naturgedichte und die sind so kurz, dass die Leute würden nämlich nur klatschen 90 Minuten oder eben nicht. Also viele Bücher sind wirklich da, finde ich, zum zu Hause lesen. Das ist ja schön am Buch. Das man auch mit eigener Geschwindigkeit. Und ich genieße es schon zu erzählen, weil die Lieder sind oft so ein kurzer Einblick in so eine Thematik oder in so eine Zeitepoche. Es ist oft mal schön, glaube ich, dass man den Rahmen noch mal schafft, die Vorgeschichte erzählt oder ein bisschen woher das kommt. Aber ich versuche natürlich die Waage zu halten. Aber das Programm ist so ruhig und dadurch, dass die Leute sitzen, hat man auch die Muße, dass man sagen kann, ihr sitzt, ihr seid schön eingebettet, müsst nicht stehen. Lasst uns das erzählen. Und ich hoffe, dass ich die Waagschale im Lot habe. Das ist halt von Information, Text gesprochen, dass es da geht zu den Liedern. Ich glaube, das ist wie immer. 10% gefällt es, 90% nicht oder andersrum. Kann man es überhaupt jedem recht machen? Das ist ein Grundproblem bei mir. Ich habe immer das Gefühl, ich versuche es oder ich habe es im Bewusstsein, wenn es einem nicht recht ist. Aber letzten Endes sind, glaube ich, die, die besseren Entertainer, die einfach sagen, egal, ich ziehe da durch. Aber da muss jeder seinen Weg, glaube ich, finden. Selbstzweifel, ja oder nein? Immer. Aber zum Glück nie auf der Bühne. Und wenn, merkt man es nicht? Nee, auf der Bühne eben dann nicht. Es ist ja auch, wenn man Selbstzweifel hat, ich meine, wir sind ja verwöhnt. Es war ja heute zum Beispiel ein Applaus. Ich habe selbst gedacht, hey, wir spielen doch nur Balladen. Also es sind wirklich alte Volkslieder. Viele sind nicht mehr selbst geschrieben. Wir interpretieren die. Und also es war immens, was an Applaus da war und an Feedback. Und natürlich, jeder Selbstzweifel wird ja so aus einem rausgewaschen, dass es dann für einen Tag hält, bis man wieder auf der Bühne steht. Und so hangeln wir uns quasi von Aufzut zu Aufzut. Ich bin immer so am überlegen, ihr greift ja viel auf altes Material zurück. Geht da nicht mal irgendwann das Material aus? Also irgendwann muss doch mal alles erschöpft sein. Es ist ja alles schon Jahrhunderte alt und es wird ja nichts Neues mehr da geschrieben. Ja, ganz im Gegenteil. Also erstens sieht man ja an den üblichen Verdächtigen, wie oft man dasselbe Lied spielen kann. Also jetzt Sachen wie das Palästina-Lied, wo jeder Musiker selber, dem biegen sich die Schuhe, aber in die falsche Richtung. Also man kann wiederholen, ohne dass die Leute stört. Aber es ist auch unglaublich viel Material da. Und das ist selbst schade, denke ich mir, warum so viele Mittelalter-Bads, warum suchen die nicht ein bisschen mehr? Bei Volksliedern oder einfach mal in die Bibliothek rennen und ein paar Noten schreiben. Es ist wirklich so viel Material da. Und da sind wir also bei weitem noch nicht erschöpft. Und dann ist es für uns aber, ich meine, wir haben ja eh den Luxus unter allen Musikern, wir schreiben eigene Lieder. Aber wenn wir mal das Gefühl haben, wir wollen jetzt lieber in eine Thematik gehen, nehmen wir auch alte Sachen. Also das ist bei uns so die Waagschale, will ich selber was sagen, will ich auf Material zurückgreifen. Also von daher haben wir eh das Schokoladenpferdchen unter dem Mittelalter. Es ist eine Afterparty, es ist jetzt nicht irgendwie ein seriöses Interview. Hier ist die Party. Ja, Aleja, ich sage mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder mal hier. Sehr gerne. Und ich wünsche dir viel Spaß hier gleich beim Auflegen. Auf jeden Fall. Also hört zu mit den Kameras, es wird schön. Ungewöhnlich. Ich liebe es immer auch, die Leute rauszufordern. Ich werde heute viel norwegische Folklore spielen. Für Crazy Clip TV endlich mal den Zylinder aufbretzen. Ja, er ist ein bisschen zu klein für mich, glaube ich. Geh mal zurück. Also Oli wird der Zylinder sicher auch stehen irgendwie, aber der liegt jetzt gerade auf. Ich kann ihn jetzt nicht einfach so aufsetzen irgendwie, außerdem. Kennst du den Bohr? Ja. 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 Vielen Dank.